Hallo YouTube! Ich bin da! Zurück mit Kena! Bridge of Spirits. Ich weiss noch gar nicht viel von dem Spiel, deshalb starten wir einfach mit dem Spiel. Und, ähm, keine Ahnung, Story Mode klingt eigentlich nett, aber ich möchte zwar nicht, dass es zu einfach ist. Vielleicht ist das ja sowas wie leicht, normal, schwierig, sehr schwierig. Dann komm! Die zweite Stufe passt schon. Akzeptieren. Die dritte Stufe ist sehr wichtig... Die dritte Stufe ist sehr wichtig... ...und, und, und, und. Dann empfangen wir an, und, und. Sieht sehr schön aus. So schön sieht das alles. Laufen fühlt sich gut an. Hallo, ist jemand da? Hallo? 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 Corvus? Wer war da? Nehmat. Totchen, alles klar. Uh, was ist denn das? Oder was ist das? Das ist ein Wer. Was ist denn hier? Entfolgen wir hier mal? Das ist hier mal gar nicht unheimlich. War da nicht irgendwas? Ah. Wasser. Wasser war da. Korvus. Grüezi. Hey. Bleibt doch hier. Oh. Warum ignoriert ihr mich? Oh. Hallo. Wer bist du denn? Und das Spiel geht hier durch? Ich schreibe hier, Spirit. Nehmt du Hilfe? Nein. Echt ein Angriff, schwerer Angriff. Oh, ich kann aufladen. Aber nur dann schwerer. Ja, wirklich. Okay. Cool. Oh, Doppelsprung. Ausweichern, ja. Was sieht das? Was sieht das? Okay. Aufs Maul, du. Das Spiel könnte mit Kontrollern noch cool sein. Und jetzt? Der Gieser. Schick, wer hat denn das hier reingeschnitzt? Ich weiss nicht. Da ist auch noch mal sowas. Ah, ich muss das machen. Schaut, die Hälfte ist schon am leuchten. Ja. Oh. Sesam. Öfter dich. Brauch nicht. Ja. Ah, ah. Jetzt kommt diese Kristalle. Dann kann ich. Zack. Und offen. Sprinten wäre nice. Folgt dem Licht. Hallo. Ist jemand da? Oh. Eine Hirsch. Oder so ähnlich. Sieht aus wie eine halbe Schlange mit Geweih. Irgendwie ist alles zu verlassen. Was war das? Tag. Da geht. Da geht und lasst mich wieder alleine. Alle lassen mich alleine. Mal weiter. Spaziergang. Und jetzt ein Fuchs mit Geweih. Hey. Ah. Hallo Fuchs. Wie geht's? Gut. Schön. Bist du schon lange hier? Ah. Warte mal. Ich habe noch gelesen. Es gibt einen Fotomodus. Oh. Ui. Gut. Warte. Okay. Moment. Äh. Empfindlichkeit. So. Um die Hälfte reduzieren. Ja. Besser. Oh. Meine Güte. Meine Güte. Hier ist es immer noch. Okay. Höhe. Machen wir ein schönes Foto. Fokus. FR. Passiert nichts. Autofokus. Einstellungen. Oh. Krall. Oh. Nö. Ah. Ähm. C-Aktion. Scheiss. Ah. Ha. Mann. Nur zwei. Okay. Und dann? Foto. Aufnehmen. Ja. So. Genug Selfies gemacht. Weiter geht's. Ich habe was gehört. Kinder. Ich habe ihn irgendwo gesehen. Ich habe ihn irgendwo gesehen. Ja. 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 Ich habe ihn. Oh, das sind auch Geister. Was? Ehe, um mit dem Ehrlicht zu interagieren. Sammeln. Ehe, um mit dem Ehrlicht zu interagieren. Ehe, um mit dem Ehrlicht zu interagieren. Finde die Rot, suche nach weiteren Rot in der Umgebung. Rot heissen die also, oder Rot-Rot, was auch immer. Sprung, Sprung, Doppelsprung. Erstmal nicht duschen. Das Ding ist auf meiner Schulter. Geht! Oh, es ist immer noch da. Was? Hilfe! 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 Es ist auf meiner Schulter! Hilfe! Nimm das weg! Weg! Oh, jetzt ist es weg schon. Es ist wieder da! Ah, gut. Ah, was? Geh weg! WTF? Wechsel euch! Geh weg! Gott gefunden! Ah lol, der läuft mir nach! Lalalalala! Lalalalala! Haha, die Musik! Okay, suchen wir den Rest! 3, 2, 1, ich komme! Da war was! Einsame! Egal! Wieder ein grosser! Dann ist der andere, wo irgendwas Spezielles! Warte mal! Umsicht da durch! Gibt es unten nichts neues noch? Doch, da gibt es noch mehr! bitte agieren hallo kompare dann wachsen kürzer was krisen ja ja dankjoo ließen ja ja tanzen mhm süsse ja 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 jetzt mal pause ja 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 und und oh ich kiste meins öffnen Ah, da ist ein Rot drin. Ah, hey Kampel. Okay. Okay. Okay, ich bin hier wohl falsch. Der? Das war nicht der, das war schief. Aber warte mal, ich habe jetzt genug, dann sollte doch das hier gehen. Ah. Oh, shit. Und alles aufgeräumt. Hm. Hier irgendwo ein Haus, das wäre doch schön. Da komme ich wohl nicht hoch, oder? Oh, doch, sie kann klettern. Tippi-doppi. Tippi-doppi. Ah, kann ich da nach oben? Jupp. Springen und springen und springen und springen. Oh, schon wieder so ein... Guck, da fliegt doch was rum, was ist das? Die Rot sind verängstigt und haben sich versteckt. Räufefefeind an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut, um... Verme... Hm, 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 hm. Die Rot sind bereit, sie können Todeszunen erst sehr schön oder Feinde binden. Okay. Okay. Äh, eher. So. Oh, ausweichen. Tack. Ah ja, ich muss einfach nur noch E-drücken. Und... Geschafft. Also weiter geht's. Da hat doch was geleuchtet gerade, da vorne. Aha, okay, okay. Er. Sag den Roten, wo sie hinwäumen. Okay, ähm ... Ja ... Da. Haha, lustig. Ja, könnt's abstellen. Rot, kommt, assistiert. Oh, ihr könnt etwas essen. Ja, guten Appetit. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ihr hättet auch teilen können und mir vielleicht ein Stück geben, aber sonst ist es okay. Nö. Oh, vielleicht habe ich es gerne näher parkieren. Was schon. Hä? Öffnen. Ah, doch. 25 Kristall. Keine Ahnung, doch, Kristall war es. Eher. Dann. Es hat gespeichert. Ist irgendetwas jetzt wohl passiert? Aber wirklich weiter geht's hier? Ah, doch. Ja. Ja, aber komm, ich muss doch das Zeug hier auch noch anschauen. Kann er nicht einfach durch die Levels rushen, ohne ... ... ohne zu gucken? Fremd. Fremd. Danke sehr. Sehr nett von euch. Ah, okay. Das geht nur von da. Will ich denn ... Will ich das? Ich will das. Ja, ich will das. Oh. 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 Was sind denn das für Eier? Dornen und Eier. Gibt es keine Worte? Oh, nee, aber es macht mir Schmerzen. Aua, aua. Oh, der tippt schon wieder. Let me help you. Oh, ja. Ich kann diese Worte heilen und die Balance zu den Wurzeln. Ich weiß, dass du so nett bist. Oh, ja. Oh, ja. Versteck dich. Oh, ja. Ich weiß, was ich. Die Mord und die Korruption. Oh, ich habe hier. Oh, ja. Oh, das ist. Oh, ja. I will never abandon my people! Oh, der ist der Boss Kampf! BAM 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 Und Angriff! Rot verwenden, ne? Ja! Tag! Und Feinerschlag! Oh! Ah! We are calling this one! They are tr TRAFLUGER! presc theater Sonic with Space Why are you flying there? We've been here a long time to take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Taro was trapped deep in the forest. We need to go home. Great idea, sire. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Natürlich helfe ich euch! Wie könnte ich das nicht? Jetzt habe ich schon acht. Huh? So, helfen wir diesem Bruder. Falls ihr noch lebt. Falls ihr noch lebt. Falls ihr noch lebt. Karten verfügbar sind ja noch ab. Dann schauen wir doch kurz rein. Uh. Ah das ist Taro. Upgrades. Ach was. Oh. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen sammeln. Was haben wir da? Ein Dorf. Ja, ich glaube wir gehen mal ein bisschen ins Dorf und schauen dann weiter. Ja gut, dann geht es weiter.